und er war also in der Regel und gar keine fest angenommen werden und irgendwie ist das Spiel das heißt alles auch normalzustand na ja keine Ahnung ich ich glaube jetzt einfach um dennoch das muss ja auch mal sein aber gewiss doch aber gewiss und es gibt ja ja ich schreibe mein Schnurris Lachs noch vorhin den Part, ähm... Ach, du nimmst immer auf, warum bleibt das denn bei der Rot und bei der anderen wird das Grün, ey? Ich versteh gar nichts. So, bei der einen Gehchen, so denkst du, ja, so Quest, so, ne? Und dann bleibt das Rot und dann meint sie so, ja, du hast sie schon angefangen, bei der anderen ist das jetzt Grün geworden. Warum ist das jetzt Grün bei der? Dann hat sie ein Quest für dich, das du jetzt erledigen musst. Kahlheit. Eure Kahlheit. Also, die Hälfte wurde nicht gebraucht. Man hat ihn. Ich hab's mal richtig amüsant mit ihm. Ich hab's schon hartes Leben hinter sich. In welcher Klasse haben wir das gesungen? Oh, keine Ahnung. Sechste, siebte. Sechste, fünfte oder so. Kahl, der Gehver wurde nicht gefragt. A sozialer Maschinen, Mensch hat ihn fortgejagt. Ja, genau so ging der Text und nicht anders. Müssen wir ja mal so klein. Kahl ist von demnächst nicht mehr so wie sein Platz. Oh Gott, ich kann ihn textisch. Ich kann noch dieses, äh, Kahl, der Käfer wurde nicht gefragt. Wer kann ich da gar nicht mehr textmäßig? Oh, ich hab' Zeit, dass wir wieder ne Runde sind. Oh, ich hab' Zeit, dass wir wieder ne Runde sind. Kahl! Das tötet Menschen! Oh, 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 das wusste ich nicht! Kahl, was ist mit seinen Händen? Was ist mit seinen Händen? Kahl! Sie wurde, sie sind weg! Sie wurden ihm abgeschnitten! Oh, also, das war so, ich, ich kam her und ich hatte Hunger auf Hände, also hab' ich sie ihm abgeschnitten. Kahl! Kahl! So was tötet Leute! Wo, ach, hast du mir was Neues gekauft? Ich will weiter mein Schlampenkleid tragen. Ja! Guck doch mal, wie geil das ist! Ach, du bist hier! Oh, wieso, wieso, wieso reink? Bist du! Lauf uns nicht zum, wieso, reink! Ja, natürlich! Bleib stehen, ich seh dich! Nein, du solltest nicht sehen! Ich seh dich! Oh, du siehst aus wie so'n OZ-Mensch von hinten! Hilfe! Jetzt kann ich stehen! Wo zett, Mensch? Tricks überhaupt nur um, Partei? Oh, leck! Warte! Okay, ja, das sieht schon schwul aus, aber... ...ist in Ordnung. Ja, darfst du anziehen. Lässt nicht fett ausgehen und... Danke, glücklich aber auch zu dir. Ne, alles sagen Sie ja! Ja, ja, ja! Der total schwer zu besiegen, der Helden schlägt. aber warum kann ich das denn nicht tun? So, aber wir müssen jetzt mal wirklich die Rastlichen Quest ziehen. Boah, was willst du denn? Ich glaub' ich jetzt trotzdem runter, auch wenn ich sie gar nicht. Auch doch, ich muss hier runter. Oh, ich krieg das nö, ich krieg das nö, nö. Komm mal wieder meine neue Euro. Oh Scheiße. Ich glaub' ich hab' das nö. Oh, ich finde, wenn ich das nächste Mal anbinden, dass die Leute so machen, dann so so wow, und du so wow, weil sie nicht wie das passieren konnte. Ich glaub' das ist ein Bug. Ich wollte es nirgendwo, ich hab' die Levels nirgendwann. Ich glaub' das ist nirgendwo, ich glaub' das ist nirgendwo, das ist nirgendwo. Ich glaub' ich hab' das nirgendwo, ich glaub' das ist nirgendwo. Ich glaub' das ist nirgendwo. Ja, ich hab' das nirgendwo. älterlich ich lasse das mal so herrn um ja also ich mein ohne Grund bin ich nicht nach dem Motto habe ich hart erschiebt wenn ich mich jetzt natürlich bin ich am obligalen Weg in einem Scheiß ich bin zu dumm zu schicken das nicht nicht mit der unbekannten der männer nachhaltig der wäschensprecher gar nicht die im zielo hessen nicht aus und noch gelangene im dachau ja ja dann hast du ja noch einmal an uns da Dich drauf. Oh nein, Gott, ich bin doch gestorben. Aber ich habe ein Gang. Ich bin auch gestorben. Die geheimnisvolle Schatzkiste wurde aufgeschlossen. Ist das los? Und was kann ich jetzt machen? Ja, du klickst halt mit rechts auf die Schatzkiste drauf. So. Ich habe mit rechts drauf gedrückt und jetzt ist sie weg. Und jetzt? Ja. Nein. Das müssen wir mal gegen Schatzkiste sehen. Doch, Engelsflügel, ein Tag. Na, die würde ich aber noch nicht anliegen. Langer Streitkolben. Oha. Na, siehst du mal. Oh, was ist denn mal kommen, wie ich bin? Wie bekomme ich tot? Cool. Achso. Ja, Level muss ich mal sagen. Kann man so dem nicht sein. Wenn wir 20 bekommen, bekommt man eine neue Klasse. Ach, ich habe neue Punkte zu verteilen. Aber du musst mal die selber aufstehen. Aufstehen wir beide. Boah, ich glaube, ich bin ja nie so lahmarschig in diesem Spiel voran. Hier kommen wir jetzt. Bist du schon wieder im Wald der Gezeiten? Ja. Tja. Oh, wir müssen jetzt... Jetzt lassen wir irgendwo hingehen und einfach leveln. Nicht in eine Quest machen, sondern einfach leveln. Hä? Ich... 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 Ich brauche Feuerpilz. Ähm... Machen wir jetzt... Wir besiegen jetzt Feuerpilz. Ich nicht. Hm? Ich glaube, ich mache sogar noch Pilz-Campfer. Ja, Pilz-Campfer muss ich auch noch machen, weil du armst dich nicht. Warte. 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 Verstehen. Äh... Ich folge die Überlichen auf bis ans Ende der Welt. Warte. 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 Verstehen. Äh... Ich folge die Überlichen auf bis ans Ende der Welt. Naja. 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 Soll ich der Herd wie? Wüsste erst Level 6. Mit sowas gebe ich mich eigentlich nicht ab, aber bei dir mache ich ne Ausnahme. Naja. 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 4 also wenn das mal nicht das kann nicht ich will nicht sagen warte besiegt noch einen von den Fischern bitte tut da habe ich meine 20 ja dann gehe ich da schon direkt bei der jahre habe ich schon Prozent zumindest was sinnvolles wie dann rum zu sein ich hab doch jetzt Christ erledigt oder nicht wo sieht man noch mal die erledigten Quatsch wir haben auch der Karte lieben blau die blauen ich ja ja blau ist cool ja warum wird mir denn der äh ich bin voll verwirrt weg ach so ich hab sie erledigt wählbare äh Priester oder höher Kampfer man mag ja ja ich bin ja Priester oder höher so und dann kommt man kann verlieben mit dem Gewicht Inventar Wo hat er meinen Helm hingepackt? Da, den zieh ich auf. Hey, den will ich aufziehen. Wow, den Helm sieht man ja super. Oh, jetzt bin ich gestorben, ey, wieso das denn? Oh, jetzt bin ich gestorben, ey, wieso das denn? Ich geb mir neue, äh... Kann man bei dem Schmied Rüstung kaufen? Nee, nur Waffen. Ich will keine Waffen. Magierstab, Leichterbogen, Stachelkeule, lange Schnippe... Oha, da geht's auf. Hm, ne Stachelkeule. Ja, ja. Ähm... Waffentitelhändler, nee. Wo kann ich diese Rüstung kaufen? Beim Schmied? Nein. Wo? Beim Schmied. Oh. Oh. Ich fahr grad beim Schmied. Oh. Oh, James, 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 James. Ja, da musst du auch Wurstung kriegen. Ja, da musst du auch Wurstung kriegen. Das ist immer ne Scheiße im Kopf, du. Du bist dunkt. Der Kohl wie zu viel, du. Ach, da sind ja heilige Schuhe, aber ich glaub die besitze ich nur. Dann hat der hier, oh, heilige Hose, hast du das? Ach ne, du hast du was anderes. Na, das will ich. Ich hab was geileres. Ich seh von, ich seh von Umwelt halt aus wie ein Pferd. Ach, da hab ich so mal anziehen. Komm schon. Weil die gibt mir Dinge, die schon längst hat. Natürlich, wo ist Kao-Win-Mobil? Hm, deine Christen nicht. Und Tomara. Na, lass mich in Ruhe, bitte. Warum krieg ich das nicht angezogen? Ach so, ist erst upleveln. Uplleveln, ach, ich versuch das die ganze Zeit anzuziehen wie so ne Behinderte. Guck mal wie mein Kleid jetzt aussieht. Boah, überbehindert. Und meine Schuhe erst, und mein fetter Arsch, ey. Ich geh mich umbringen, du. Ja, willst du mitmachen? Cool. Mach man ja nicht so oft, ne, ist aber wieder ein Highlight. Natürlich. Mach man ja nicht so oft, ey. Ja, mach man ja nicht so oft, ey. Also manche Idioten machen das ja gar nicht. Das Highlight des Tages, boah. Ja, ist auch nicht so wirklich, aber. Hm. Hm. Ja, fortfahren, aber warum ist die Quest bei dir? Ist mir egal. Gib mir einfach... Ja komm, ich verkauf dir was. Ich verkauf dir zerbrochene Knochen. Ja. Ja. Oh, ich bin voll müde. Ja. Oh, ich geh auch. Oh, ich geh auch. Oh, ich geh auch. Oh, und an. Oh, da kommt jetzt die. Das ist verrückte. Hä? Joa, wir haben jetzt Zeit. Was machen? Ja, wir haben Zeit. Ja, Aufnahme. Aber nicht miteinander. Ich mein, liebe dich ja. Okay, dann sag ich jetzt gut. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Schaut mal rein. Tschüssi. Schaut mal rein. So aufnahm es aus. Okay.